Moin liebe Angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen Session. Zurück am Nordmeer möchte ich euch gerne einen Spot zeigen, den ich selbst noch nie getestet habe, den ich heute aber ausprobieren werde mit euch und das Ganze auch mal mit Beifängern, die ich zuletzt, ich weiß nicht wann, verwendet habe. Irgendwann mal beiläufig in irgendeiner Mini-Session, die aber nicht wirklich lange gedauert hat. Dementsprechend jetzt hier ein bisschen ausgeklügelter das Ganze. Wo sind wir, wenn wir auf das Gerät hier schauen, dann sagt es uns irgendwas so zwischen 60 und 105 Metern an. Ganz konkret sagt die Karte übrigens, wir sind im Plan Quadrat B8 zu C8. Das ist eigentlich hier so ein Abschnitt, wo ich bis zu drei verschiedene Tiefenstellen habe. Es ist jetzt leider ein bisschen so, dass ich hier abgedriftet bin. Ist aber auch nicht wild, ich drehe mich da einmal kurz um und dann fahren wir so ein Stückchen hier an der Kante oben. Entlang. Ihr seht schon, da gibt es jetzt ein bisschen was an Fisch zu sehen. Da kommen ein paar Varianten zusammen, also was heißt paar Varianten, paar Populationen. Das heißt, ich stehe jetzt hier so mehr oder minder in diesem Abschnitt und werde von Ost nach West nach Ost getrieben. Genau, und mit was für einem Setup werden wir wohl an den Start gehen? Ich zeige es euch. Wir sind heute unterwegs mit 110 bis 113 Kilo Equipment. Einen Jigmeister als Sinkhilfe habe ich gewählt. Der ganze Spaß hat einen 4-0er Haken da, hat einen 4-0er Haken hier. Pinke Elemente runden das Ganze so ein bisschen ab mit einem Köhlerfiletstreifen als Universalköder, den ich eigentlich fast immer drauf mache, wenn ich noch nicht so genau weiß, worauf ich eigentlich gehen möchte. 4-0er Haken zugrunde gelegt, auch hier unten bei den Beifängern und dann Saltyfish-Varianten. Saltyfish 140er, 0,2, 0,6 und 0,9. Das Ganze farblich ein bisschen abgerundet mit verschiedenen farbigen Perlen. Rot und Orange, Schwarz und Weiß, Schwarz und Fluoreszierend. Damit werde ich mich heute mal auf den Weg machen und ich hoffe natürlich, dass wir auch was fangen werden. Insofern würde ich sagen, lasst uns direkt loslegen. Viel Spaß! Dann wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Bewegung in Grundnähe werde ich schon mal halten, weil wir haben ja Nacht. Da ist es sowieso ganz praktisch, unten unterwegs zu sein, finde ich. Da haben wir auch schon den ersten Widerstand. Da ist auch schon der erste Widerstand. So, mal gucken, was hängt da dran. Ein Lump. Mit Lump steigen wir ein. Auf 9er hat er gebissen. Auf 9er ist hier unten das Ding. Der sieht auch schon so dunkel aus. Das könnte natürlich so kleiner Mini-Lumps sein an der Angel bei uns. Da hängt dann der große Lump drauf. Logisch. Man greift ja nach dem größeren. Äh, man greift ja nach dem kleineren, schwächeren. Naja. Naja. Gut. Warten wir es mal ab. Ah. Guck mal an. Oh. Da ist ja Widerstand an der Angel. Sehr schön. Nur den wollen wir nochmal schauen, was da dran hängt. 30 Meter hat er aber noch. Oh. Oh, oh. Ich habe meinen Drilltimer natürlich wieder nicht an. Aber ich glaube, den kriegen wir auch ohne Drilltimer hoch. Mein Gott. Der macht sich aber schwer. Also das läuft wieder auf Lump oder Seewolf hinaus, müsste ich raten. Dieses punktuelle schwer machen. Es könnte auch noch Shellfish sein, aber das müsste dann schon ein großer. So. Da haben wir einen Kabeljau an der Angel. Okay. Ja. Die können sich auch punktuell schwer machen. Guck mal her. 10 Kilo. Oh ja. Grundsätzlich kein verkehrtes Ergebnis. 4 Minuten, einmal Lump, einmal Kabeljau. Alright. Noch kein Sinkbiss aktuell. Nun denn, nun denn, nun denn. Was kommt denn da? Ein Seewolf mit 2,9 Kilo. Wunderbar. Was ist der gegangen? Auf den Jigmeister. Und der Kabeljau ist gegangen auf den Saltyfish 2. Also bisher buntes Mischmasch. Der ist auf Orange eingestiegen. Also bisher jeder Fisch, den wir gezogen haben von diesen dreien, hat auf einen anderen Köder gebissen. Was an sich schon mal sehr vielversprechend ist, weil das verrät mir persönlich, dass die Frequenz dadurch ganz brauchbar sein könnte. Wenn wir verschiedene Fische haben, die auf verschiedene unserer Köder einsteigen, dann sage ich mal, habe ich ein gutes Mischmasch, denke ich, was ich da präsentiere. Was jetzt noch nicht gebissen wurde, ist hier der Schwarz-Weiße. Da müssen wir halt mal gucken, was da so kommt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird auch noch. Ja, der Jigmeister, liebe Leute, der hat auch hier die Rassel, die da drauf. Auch da würde ich behaupten, könnte es ein Grund sein, warum der Seewolf gebissen hat. Ich meine, Rasseln irgendwie ziehen die die Viecher an. Steht ja auch in der Beschreibung drin, wenn du so ein Rasselblei oder so nimmst, dass das speziell extra eine Montage ist, die auf Seewolf ausgelegt wurde. Oder sehr präsent, sage ich mal, diese Fische fängt. Und da wundert es mich auch nicht, wenn der da auf den Jigmeister mit der Rassel explizit eingeht und nicht auf einen Salty-Fisch. Ausnahmen bestätigen für gewöhnlich dann die Regel. Ist halt wieder eine Menge Kurbeleien, aber ich sage mal, bei 60 bis 100 Meter, das ist verträglich noch. Wir werden ja hier immerhin hergeschoben. Jetzt sind wir in einer etwas tieferen Position. Und ja, mal gucken eben, ob ich sehe, wie tief da steht. 76 Meter. Naja, es sah dunkler aus, dachte ich sei tiefer, aber im Endeffekt. Ah, schön. Nochmal 3,3 Kilo Seewolf auf. Diesmal Salty-Fisch 6. Und ich glaube, damit haben wir einmal alle verschiedenen. Vier Fische auf vier Köder. Und wir sehen, gestreifter Seewolf nimmt auch Salty-Fisch. Ja, wunderbar. Sehr schön. Seewölfe, da fehlt mir noch die Trophäe vom Gestreiften oder vom Gefleckten. Also gestreift habe ich eigentlich die Trophäe schon. Aber ich habe leider erst die Herausforderungen gekriegt, nachdem ich meine Trophäe gefangen hatte. Das war von Anfang an nicht vertreten. Also blauer, gefleckter oder gestreifter Seewolf. Ich kann ruhig nochmal den Gestreiften als Trophäe ziehen, dann wird er mir wenigstens anerkannt. Besser wäre ein Gefleckter. Dann hätte ich den Gefleckten nämlich sowohl einmal im Empfangbuch als auch als Unterschrift sozusagen für diese Herausforderung. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Ja, aber sind wir mal ehrlich, wenn wir heute gucken, ich haue immer noch Videos raus, wo ich Stundenumsätze von 700 Silber mache. Ganz ehrlich, das ist top. Das meinst du, was ich mich früher immer gefreut habe, wenn ich an der Tunguska mindestens 360 Silber gemacht habe oder 350, sagen wir mal. Das ist das Doppelte in der Stunde. Ganz ehrlich, es gibt Schlimmeres. Man sollte sich nicht zu sehr beklagen. Aber ich bin persönlich einfach ein Mensch. Und wenn es nicht viele tolle Fische sind, ich habe einfach gern Frequenz. Und das am besten 24,7. Also sprich, muss nicht an derselben Stelle sein, aber am Gewässer im Vergleich zu anderen, dass wir hier nur 2, 3 Stunden vielleicht mal Flaute haben ingame. Das ist wirklich Luxus. Also für mich ist das Gewässer Luxus. Sage ich euch auch ehrlich. Wahrscheinlich mit einem Grund, warum ich so ewig lang hier schon bin. Guckt euch mal den hier an. 6 Kilo gefleckter Seewolf. Yummy. Yummy, yummy, yummy. 14 Minuten und 8 Fische. Davon direkt mal 4 Seewölfe. Nochmal schnell, bevor ich was sage, nachzählen. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Doch. Ja, der fehlt mir noch als Trophäe. Wenn wir den hier kriegen könnten, wäre super. Auf den 9er Salty Fisch, auf den braunen, auf den dunklen. Den da. Ja, der da. Der fängt offenbar ganz gut. Wunderbar. Das ist schön. Die sehen halt auch echt hübsch aus, ne? Und die bringen auch gut Silber. So sieht es nämlich aus. So, 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 Freunde. Das ist ein schöner Biss. Wenn das ein Seewolf ist, dann freue ich mich schon drauf. Lässt sich aktuell. Doch, da ist was. Da kommt was. Das ist ein Heilbutt, Leute. Ich denke wunderschön, was das jetzt für ein Seewolf sein mag. Oh, toll. Hängt einfach ein Mini-Heilbutt dran. Guck mal. Ja, hallo. Ach ja, schön. Naja, Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Ey, sieben Kilo. Es ist schon schwer, den zu unterbieten, oder? Ganz ehrlich. Ich verstehe es, wenn ich mal elf oder zehn Kilo fange. Aber sieben? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal so einen kleinen Heilbutt hatte. Schade, dass die kleinsten Fischgrößen nicht auch festgehalten werden. Das wäre spannend mal zu sehen. Das wäre spannend mal zu sehen. Aber 19 Minuten, neun Fische. Das ist okay, finde ich. So, ich habe gehört, da wurde irgendwie Super Trophy Grönlandhai gefangen. Da will ich doch mal gerade reingucken mit euch. Europäisches Nordmeer. Dornhai, Grönlandhai. Da. Oh Gott. Von dem Typen? Sieht der wirklich so aus? Oder ich meine, also... Wahrscheinlich war das der Blick, als er ihn gefangen hat, nicht? Das muss er wohl sein. Also ich hätte wahrscheinlich auch so ungefähr so geguckt, wenn man den... Ach guck mal, Dornhai gibt es da unten auch. 1,1 Kilo zwar nur, aber hey, mit Haken ist gut. Mit Haken bringt auch was. Der einzige untermaßige Fisch bisher ist unser Wittling, der auf Grund gebissen hatte. So, Dornhai, sag mal an, auf was hast du gebissen? Auf was? Auf Jigmeister. Ja. Deckt sich mit meinen bisherigen Erfahrungen. Aha. Steinbutt. Ist ja spannend. 5 Kilo Steinbutt. Den hätte ich jetzt hier zum Beispiel auch nicht erwartet. Obwohl, na gut, 45 Meter, doch. Das ist noch im Bereich, denke ich, des möglichen Machbaren. Cool. Auf, auf was hat er gebissen? Das ist natürlich eine schöne Größe. Saltifisch 2. Vielleicht muss ich mehr mit Saltifisch angeln. Das wirkt sehr vielversprechend alles. Was ist hier der orangefarbene? Mhm. Mhm. Okay. Cool. So, was haben wir dieses Mal? Eine Scholle. Also, man kann sagen, was man möchte. Mag es an den Ködern liegen oder auch einfach daran, dass wir hier an dieser Position mit drei verschiedenen Tiefen stehen. Wir haben hier sehr viel unterschiedliches mit dabei. Ein schönes, buntes Füllhorn, wie ich das immer so schön sage. Also, wenn man sich das mal so anschaut genauer, dann kann man tatsächlich bei einem stärkeren Biss nicht mal unbedingt sicher sagen, ist das jetzt 10 Kilo Steinbutt oder ist das 12 Kilo Seewolf oder ist das 8 Kilo Heilbutt oder ist das Trophy oder Super Trophy Dornheil? Schwierig teilweise, wirklich. Aber ich bin ganz froh drum, dass wir hier so ein vielseitiges Feld haben. Deswegen ist es auch grundsätzlich erstmal Wumms, ob ich jetzt im seichten oder im tiefen angle, solange ich hier hin und her getrieben werde durch die Gezeiten, passt das schon. Es ist gerade 12 Uhr, jetzt werde ich eh gleich wieder von hier zurückgeholt in die etwas tieferen Gefilde. Dadurch bleibt es abwechslungsreich, auf jeden Fall. Und eben für viele Fische die Möglichkeit als Trophy zu beißen, nicht nur für ein, zwei Sorten. Das sehe ich halt so auch noch ein bisschen optimistischer. Gut. Aber das hat geklappt. Vom Gefühl her hängt wieder irgendwie ein untermaßiger Wittling dran. Müssen wir mal gucken. Ich bin gespannt, wirklich gespannt, wann wir den normalen Wittling als Trophäe abhaken können. Das müssen wirklich random Fische sein für die Aktion. Also wir haben zwar schon Wittling frequent mal geangelt, das haben wir schon hingekriegt. Aber es hat sich nie bisher ergeben, dass wir in irgendeiner Form da an den normalen Trophy-Wittling rankommen. Irgendwann vielleicht. Jetzt gehen wir schon Richtung Rotbarsch sogar. Das finde ich interessant. Der hat auch auf Salty-Fisch gebissen. Tatsächlich auf den Sechser, das heißt der Schwarz-Weiße hier. Finde ich gut. Ich hätte ihn eher auf Orange, sage ich mal, zugeordnet, den kleinen Rotbarsch. Weil die ja normalerweise eher so diese Feuer-Rot-Töne mögen. Zumindest so erfahrungsgemäß. Aber man sieht, man lernt nie aus. Ui, nochmal kleiner Rotbarsch. Sehr schön. Cool. Diesmal nicht auf den Sechser, diesmal auf den Rot-Orangenen. Ah ja. Also ist meine Vermutung, dass die eher so auf die Feuer-Roten-Sachen gehen, doch nicht so verkehrt gewesen in dem Fall. Vielleicht da der andere auch Farben blind und hat einfach Schwarz-Weiß gebissen. Kann ja sein, ne? Wenn ich statt dem da den dabeiße, ja. Oh, wir hatten was in der Sink-Phase diesmal dran. Das ist spannend. Vom Gefühl her könnte es ein kleiner Köhler sein. Wenn wir Glück haben, ist es ein stattlicher Wittling von 900 Gramm oder so. Auf jeden Fall ist der nicht runtergekommen. Ah, ein Steinköhler. Ja, das ist in der Sink-Phase durchaus auch möglich. Auf Saltifisch 2 in Rot. In Rot-Orange. Bei bewölktem Wetter. Ja. Das ist natürlich stechend. Das fällt auf im Wasser. Allöchenlumpen mit 9 Kilo. Aber den Lumpens haben wir uns auch verbessert, ne? 2, 3, 4, 7, 8, 9. Alles so im Übergangsbereich und dann noch ein bisschen mehr jetzt. Das sieht nach Blattwisch aus. Scholle, sehr schön. 1,4. Das gefällt mir. Meine persönlichen Ideen und Anregungen. Wenn wir das das nächste Mal machen hier an der Stelle, dann werde ich dafür sorgen, dass wir auf jeden Fall als Verbesserungsvorschlag tendenziell eher hier reinfahren. Dass wir die Option haben, hier ins Tiefe zu treiben und dahin. Die 45 Meter, die sprechen mich für das Setup nicht ganz so sehr an. Auch wenn, auch wenn wir da natürlich 5 Kilo Steinbutt erwischt haben, dennoch muss ich sagen, dann lieber die etwas tiefere Stelle daneben. Allein wegen der Seewolf-Option, die wir da verstärkt haben. Das sehe ich da einfach mehr. Jetzt den Abschluss auf der nicht so tiefen Stelle ist natürlich ziemlich bescheiden für die Nacht. Ich fahre nochmal kurz ein paar Meter rüber. Als wir wenigstens die letzten 5 Minuten nochmal ins Tiefe nabblassen können. So, Abschiedsfisch ist ein, genau, Abschiedslump. Man kennt's. Kommt oft genug vor mittlerweile. Auch in den Videos. Tja. Gut. Dann verabschieden wir uns mit einem Abschiedslump und gehen mal in den Hafen. So, also für 25 Fische hat's gereicht. Wenn man ehrlich ist, passt es vom Halbzeitwert von 13 Fischen her. Gut. Kurzer Blick ins Café. Praktischerweise gestreifter Seewolf da. Unpraktischerweise leider nicht der passende Lump. Tatsächlich ist auch eine Wittling-Trophy drin, sehe ich. Aber die ist gleich vorbei. Ja, also Seewolf, da können wir uns schon mal 77 Taler zusätzlich reinholen. Wir gucken jetzt erstmal vor allem, was kommt ein Blanko bei rum. Nach Preisen gehen wir mal und schauen, dass wir unseren gefleckten Seewolf ganz schnell verkaufen. Denn der bringt 68 Silber. Danach schon direkt der Steinbutt. Deswegen, die Steinbutts, die darf man echt nicht unterschätzen. Die bringen echt gutes Silber ein. 5 Kilo, 46 Silber. Danach die Lumpis mit 27 und 32. Die Scholle mit 26. Das ist auch immer noch ein ziemlich starkes Ergebnis. Kabeljau 26 und dann kommt die Seewolf-Riege. Ding, 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 ding. Also selbst wenn ihr nur 2,0 Kilo Seewolf fangt, das lohnt sich trotzdem schon ohne Ende. Also Frequenz-Bot-Seewolf ist immer gut. Ja, schick. 17 für den Heilbutt. Ja. Der hat wieder falsche Hoffnungen geschürt. Was kommt auf die Stunde zusammen? Wir haben in der Stunde gemacht 460 Silber-Roundabout. 459 ist als Ergebnis, wie nenne ich das jetzt? Es ist nicht schlecht, es ist aber auch nicht gut. Es ist durchschnittlich, würde ich sagen. Ein sehr geradliniges Ergebnis. Also man kann das machen, denke ich. Gut. Ja, ist okay. Und für Seewölfe, wie gesagt, einmal eine Option mehr. Bis zum nächsten Mal.